Hallo? Ey, wir haben dich gar nicht erwartet. Was willst du hier? Komm rein Junge, komm schnell. Wieso, dass du dabei bist? Wir haben alles da, Alkohol, Milch, alles was du willst. Mehl kannst du durch die Nase zählen. Wir haben alles da. Ja, Chris, gut siehst du aus. Ja, was ist los? Wer bist du eigentlich? Ich bin heiser. Wenn du kacken willst, hier ist das Schlafzimmer. So, komm, geh mal rein, ganz kurz. Wir haben euch was mitgebracht. Guck dir ihr Spacken an. Wir haben den Seemann mit dabei. Da haben wir den Typen aufs Morgelhau. Dem Arthur oder so. Einfach auf die Fresse. Der auf die Fresse hast du gekippt. Ich bin die Schöter und Sessler. Du machst mein Freundchen das Buch überrascht. Das ist mein Freund. Achso, wir machen gerade ein Shooting für Franty Fire übrigens. 2. Dezember. Das wäre cool, wenn er einschalten würde. Ist das der 2. oder der 3.? Von 2. auf den 3. Um 15 Uhr am 2. Außer die Zeit hat sich geändert. Hat sich nichts geändert. Ach guck mal, der Beat. Da oben ist der Beat. Alter Beat, was ist los? Was machen wir denn jetzt hier Fotos? Ja, Pan ist noch grad am Sau. Wir müssen noch ein bisschen vortanken. Wir müssen noch ein bisschen Druck betanken und dann geht das. Wir sind aber gleich... 15 Uhr auf... Oh stimmt, wie machen wir das eigentlich? Bist ein feiner Kehr, Peter. Bist ein feiner Kehr. Ich liebe dich! Ich liebe dich viel mehr! Ich liebe dich auf aller meisten. Bist ein ganz feiner Mann. Ganz feiner Mann ist das. Der Peter, er ist so super. Den liebe ich von Herzen. Hier. Ich hab sogar 2 Ärzte, weil ich bin nämlich Timelort. So, 2. Dezember, 15 Uhr. www.twitch.tv slash Gronkh. Das will ich manchmal. Genau. Eine geheime den Tetas, Bruce Wayne. Bruce Wayne trägt einen sehr unauffälligen Schlafanzug mit Batman-Symbol. Genau. Und warum ist der Milliardär? Weil wir eure Kohle wollen. Also nicht wir. Oh ja, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Ach ja genau. Wir wollen nämlich euer Geld. Ja. Wir sind YouTuber. Wir wollen euer Geld. Das ist die Natur der... Alter. Ich kenne diese Frau nicht. Komm, komm, komm. Die ist ein NPC aus Witcher 3. Eine Mittagserscheinung. Das war sexistisch. Entschuldigung. Friendly Fire 3. Charity Event. Genau. Für wen? Können wir euch noch nicht sagen. Für wohltätige Zwecke. Das auf jeden Fall. Deswegen gebt uns eure Kohle. Also noch nicht jetzt, also gerne schon. Aber vom zweiten auf den dritten im Dezember. Wäre cool. Dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke. Ihr gebt alles bei Friendly Fire. Alles. Wir machen noch ein bisschen Shooting. Wir zeigen euch noch ein bisschen hinter den Kulissen, was hier so abgeht. Und eigentlich ist alles völlig eskaliert. Es war alles viel harmloser geplant. Deine blutige Fresse ist ja wieder weg. Ja. Mein Zahn ist nachgewachsen. Ja, auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das war alles. Musik 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 Musik